Rotkäppchen Es war einmal ein kleines, liebes Mädchen. Das hieß Rotkäppchen. Denn immer wenn man es sah, trug es auf seinem blonden Haar ein Käppchen von rotem Sand. Eines Morgens rief seine Mutter es zu sich und sagte, Rotkäppchen, nimm diesen Korb. Es ist Kuchen darin und eine Flasche Wein. Nein, bring ihn hinaus zu deiner Großmutter. Sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Ja, Mutter, ich mach mich gleich auf den Weg. Ich geh doch so gern zur Großmutter. Und in der Früh ist's so schön draußen im Wald. Die Vögel singen das Morgenlied, der Tau liegt auf dem Gras und an der Hecke sind die Rosen aufgeblüht. Davon will ich der guten Großmutter eine mitbringen. Aber lauf ja nicht vom Weg ab, Rotkäppchen, sonst fällst du und zerbrichst das Glas. Nein, nein, Mutter, ich verspreche dir's. Da nahm Rotkäppchen den Korb und lief hinaus. Wie es nun durch den Wald ging und die Sonnenstrahlen durchs Laub fallen sah, da dachte es... Wie frisch und grün ist es hier draußen und dort im Gras sind die blauen Glockenblumen aufgeblüht. Die will ich der Großmutter mitbringen. Sie muss ja im Bett bleiben und kann nicht hinaus und die schönen Blumen ansehen. Ich darf wohl ein wenig vom Weg fortspringen. Dort am Bach stehen die Schönsten. Die will ich pflücken. Wie wird sich die Großmutter freuen? Und dort unter den Büschen, weiter im Wald, sehe ich noch viel, viel mehr. Ich will einen großen Strauß machen. Da lief Rotkäppchen vom Weg fort in den Wald hinein. Es sang und sprang und freute sich an den Blumen und geriet so immer tiefer in den Wald hinein. Da begegnete es dem Wolf. Und weil es nicht wusste, was für ein böses, hinterlistiges Tier das war, sagte es ganz freundlich... Guten Morgen, schwarz-grauer Geselle. Vielen Dank, Rotkäppchen. Wohin gehst du denn so früh? Zu meiner Großmutter gehe ich. Und was hast du da an deinem Körbchen? Einen Strauß von blauen Glockenblumen, eine Flasche Wein und einen Kuchen. Das bringe ich der Großmutter. Sie ist krank und soll sich daran freuen. Sag mir, Rotkäppchen, wo wohnt denn deine Großmutter? Ist es noch weit? Wohl noch eine halbe Stunde den Weg am Bach entlang. Da sind drei große Eichen. Darunter ist ihr Häuschen. Und vor dem Zaun ist eine Nusshecke. Willst du mich nicht begleiten? Es ist viel lustiger zu zweien. Ja, das würde ich gern. Aber ich muss gerade noch etwas Eiliges besorgen. Auf Wiedersehen, Rotkäppchen. Da lief der Wolf davon. Den Weg am Bach entlang zu den großen Eichen. Seine Augen funkelten vor Gier und er dachte bei sich... Das habe ich listig angestellt. Nun weiß ich, wo die Großmutter wohnt. Geradewegs lauf ich zu ihrem Häuschen. Meine Beine sind ja siebenmal so schnell wie die vom Rotkäppchen. So bin ich früher dort. Da will ich zuerst die Alte fressen. Und wenn dann Rotkäppchen kommt... Dann gibt es noch eine zarte Nachspeise für mich. Das wird ein leckerer Happen. Und der Wolf lief, was er nur konnte. Kam zu dem Häuschen unter den Eichen, klopfte an... ...und rief mit verstellter Stimme... Großmutter, mach mir auf! Wer ist draußen an meiner Tür? Ich bin's, Rotkäppchen. Ich bringe dir Kuchen und Wein. Mach mir auf! Ich kann nicht aufstehen, mein Kind. Ich bin zu schwach. Schieb nur den Riegel über der Tür weg und komm herein. Da ging der Wolf hinein, sprang zum Bett der Großmutter, verschlang sie und leckte sich das Maul. Das war ein nicht übler Bissen. Wie wird erst das zarte Kind schmecken? Damit es mich nicht erkennt, setze ich die Haube der Großmutter auf, ziehe ihre weißen Strümpfe über meine schwarzen Pfoten und lege mich mitten hinein in ihr schönes Bett. Wie liegt es hier weich und warm? Ganz anders als auf dem harten Waldboden. Aber ei, was höre ich? Tripp, trapp, tripp, trapp. Tripp, trapp, tripp, trapp. Schritte vor der Tür? Das ist Rotkäppchen. Und jetzt klopft es. Großmutter, mach auf. Rotkäppchen ist gekommen. Ach, ja, so komm nur herein, liebes Kind. Guten Morgen, Großmutter. Ich habe dir etwas Schönes mitgebracht. Aber um Himmels Willen, wie siehst du bloß aus? Du hast ein so schwarzes Gesicht. Und warum hast du so große Ohren? Dass ich dich besser hören kann. Und was hast du nur für große, schreckliche Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, ich habe Angst. Warum hast du einen so schrecklich großen Mund? Damit ich dich besser packen und fressen kann. Da machte der Wolf auch schon einen Satz aus dem Bett heraus. Hopp. Er griff Rotkäppchen und fraß es auf. Dann legte er sich wieder hin und fing an zu schnarchen, dass man es bis in den Wald hinein hörte. Brrrr. 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 Da ging gerade der Jäger an dem Häuschen vorbei und dachte bei sich, wie laut die alte Frau nur schnarcht. Brrrr. 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 Das ist ja merkwürdig. Ich muss doch sehen, ob ihr etwas fehlt. Ich will hineingehen. Ihr könnt euch denken, wie der Jäger erschrak, als er in die Stube kam und den Wolf in dem Bett liegen sah. Aber er fasste sich schnell und sagte dann, Oh, du Wolfsungeheuer, du Räuber, du Bösewicht! Hier hast du dich eingeschlichen. Oh, ich ahne, was du verbrochen hast, denn ich sehe deinen vollgefressenen Bauch. Du hast die Großmutter verschlungen. Ist nicht genug, dass du den Bauern die Hühner stielst und mir die jungen Rehe tötest, musst du dich auch noch an den Menschen vergreifen, du viel Fraß. Aber es soll dir schlecht bekommen. Brrrr. Ja, ja, schnarche nur. Brrrr. Mit der großen Schere da schneide ich dir eins, zwei, drei, rutsch, rutsch, den dickeln Bauch auf. Wie nun der Jäger ein paar Schnitte getan hatte und in den Bauch hineinsah, wie verwundert war er da. Oh, wie ist's möglich? Da drinnen leuchtet ja ein rotes Käppchen. Das muss Rotkäppchen sein. Ich sah es doch heute in aller Früh schon durch den Wald zur Großmutter laufen. Nur vorsichtig weitergeschnitten. Vielleicht ist es noch zu retten. Rotkäppchen, hörst du mich? Lebst du noch? Da kam Rotkäppchen auch schon herausgesprungen und sagte, Ja, lieber Jäger, ich lebe noch. Aber schneidet schnell weiter. Die Großmutter ist noch darinnen. Heb sie heraus. Ja, ja, lauf nur indessen und hole Wackersteine, so schwer du sie nur tragen kannst. Da lief Rotkäppchen hinaus zum Brunnen, wo große Steine lagen. Und als es damit zurückkam, sagte der Jäger, Sieh nur, Rotkäppchen, die Großmutter liegt wieder in ihrem Bett. Sie ist unversehrt geblieben. So gierig hat sie der Wolf verschlungen. Und nun gib schnell die Steine. Die stecken wir dem Bösewicht in den Bauch. So, hinein damit. Und nun nähe ich den Bauch wieder zu, damit Steine nicht herausfallen. Das geschieht dem Vielfraß ganz recht. Gerade als der Jäger fertig war, wachte der Wolf auf. Als er den Jäger mit der Flinte sah, wollte er durch das Fenster hinausspringen. Aber die Steine waren so schwer, dass er sich zu Tode stürzte. Da waren alle drei vergnügt. Sie aßen zusammen den Kuchen, tranken den Wein und freuten sich an den blauen Glockenblumen. Besonders die Großmutter. Denn sie hatte ja, wie ihr wisst, in jenem Sommer noch keine gesehen. Der Fuchs und die Gänse. An einem schönen Morgen kroch der Fuchs aus seinem Bau. Er zog die würzige Frühlingsluft in seine Nase und dachte... Ei, wie macht der würzige Waldesduft mir Appetit. Aber, ich weiß schon, wo ich meinen Hunger stille. Vor dem Wald auf der Wiese am Teich. Da sitzen heut gewiss schöne, dicke, fette Gänse. Die will ich alle miteinander zum Frühstück verzehren. Das wird ein Leckerbissen. Doch muss ich mich vorsichtig heranschleichen, sonst platschen sie alle ins Wasser hinein und schwimmen mir davon. Und ins Wasser mag ich nicht. Da schlich der Fuchs aus dem Wald zu dem Teich hinaus, wo die Gänse alle hübsch nebeneinander saßen. Als sie den Fuchs erblickten, sprangen sie vor Schrecken auf und begannen in ihrer Todesangst zu jammern und zu gackern. Wacht, 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 wach, wacht. Biss vom Kars undien die Dir wacht. Wacht, 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 wacht. Na, die Gnade! Ha, 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 nein. Da gibt es keine Gnade. Ihr müsst sterben, denn ich will euch fressern. In dieser höchsten Not fasste sich die tapferste Gans, die zugleich auch die klügste der Gänse war, ein Herz und sagte Quack, 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 nun Fuchs, höre einmal zu, quack, 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 wenn wir armen Gänse schon unser Leben lassen müssen, quack, 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 so gestatte uns noch einen letzten Wunsch wie es üblich ist auf der Welt, quack, quack, quack. Gut, was wünscht ihr? Wir wollen noch einmal beten, quack, 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 damit wir nicht in unseren Sünden sterben, quack, quack, Ja, 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 was wollen wir? Und wenn wir ausgebetet haben, kannst du uns gerne alle fressen, quack, 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 quack. Nun, diese Bitte kann ich euch nicht abschlagen. Betet! Ich werde so lange warten, aber beeilt euch! Da fing die Klügste ganz ein recht langes Gebet an und sagte immer... Da begann die Zweite und die Dritte mitzubeten. Und dann die Vierte und die Fünfte. Und endlich schnatterten sie alle zusammen. So laut, dass sich der Fuchs die Ohren zuhalten musste. Ungeduldig stand er da und sah die Gänse mit gierigen Augen an. Aber sie hörten nicht auf zu beten. Und wenn der einen der Atem ausging, so fing schon wieder die nächste an. Da ging der Fuchs ärgerlich davon. Die Gänse aber schnatterten fort und fort. Und wenn ihr einmal an einem Teich vorbeikommt, da werdet ihr ja hören, dass sie bis auf den heutigen Tag nicht aufgehört haben zu schnattern. Die Gänse aber schnatterten fort,